Anbruch, 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 Anbruch Ah, ich hab's trotzdem noch gekriegt Und was war's? Red, bitte Mal schauen, find ich's denn Elementarwesenbeschwörung, glaub ich, war's Ja Das da Ähm Ja Ah, aber ich glaub noch Element sitzt, ein Haufen, kann das sein? Ja Oh Oh, oh, geil Oh Ach, das sind die, gegen die wir gekämpft haben, so Das können wir wartet, lass mal den Fall machen Oh, schön Viele, viele bunte Farben War das Stein? Ah, die sind echt cool So, und der kriegt jetzt Kann man die Elemente, die um mischen? Probier mal Heilung Kann ich den Blitzdampf geben? Das geht Oh, ich glaub das ist jetzt aber nur Dampf Egal Und die bewegen sich aber nicht Moment Oh, der kann auch Heilung geben Ja, weil der halt, ich glaub dann schlägt er hier die Gegner aus uns Heil mich jetzt Und nun? Müsste ich ja da? Hm, ich glaube nicht Das war jetzt nur irgend so ein extrem schweres Rätsel für einen extrem starken Zauber Vielleicht extrem stark Was? Ja, doch, schon, ne? Hm Hä, was ist das für... ja, danke Hm Aha, also Warum folgt mir die Pestilenz da? Ah, hier lang, okay Ja, extrem schweres Rätseln Feuer Gut, dann probier das Gutes Stück nochmal aus, würde ich sagen So, und du kriegst jetzt... Was kriegst du denn? Stell einfach das hier So, kriegst Jetzt bin ich mal gespannt Was? Was? Ja, ja, hab grad Koordination zum Problem Man kann ja auch damit heilen, kommt davon welches Element die sind Das ist fair Oh, shit Ähm, ja Oh, die entstecken einiges weg Was? Achso, bin ich schon Hehehe Bist nur etwas komisch Warum heilen dich die Viecher, Alter? Ich heil mich Den einen müsst ihr mit Feuer Du kriegst mich nie Nein Nein Was machst du? Ups Jetzt hast du unsere Viecher getötet Und uns gleich Oh, guck mal, die sind da alle unten stuck drin Ja, aufpassen Süß Moment Vielleicht können wir unsere Viecher dann Oh So ist es gerade? Ne, die spawnen hier oben Ja, ne, Entschuldigung Gut, das, äh, das gehen wir dir denn Kann man die irgendwie mit Schild Das wäre interessant Was soll man mit Schild? Ne, du müsstest irgendwie befeuern mit Schild So, so einen Angriff gibt's nicht So, so einen Angriff gibt's nicht Ja, dann hier dann Ja Oh man, ich wollte ihn noch mit dem Feuersturm killen Hm Hm Fafnir! Oder vielleicht auch nicht Nein Oh shit Ne, überleg dich ne starke Attacke Äh Äh Bisschen Klang für Dummy Ups Oh, ich brauche ein Blitzschild Äh Ich brauche ein Blitzschild Äh Ja, lauf nicht neben mich Weißt du Äh, Leute Tele oben mal Ja, genau Einfach weiter Ach du Scheiße Bin durch Ich kann nicht schaffen, dass es geklappt hat Einfach skippen Es ist lame, aber es ist verdammt nochmal ein Witcher Also Was soll's Ja, ich bin mir sicher, dass wir da so zigmal fehlen würden Ja Ist auch extrem nicht platz Wow Ähm Einfach weiter, denke ich Jo Warum? Was war das denn? Was hat mich jetzt gekillt, ey? Letz mal lieber Simon Schnell weg hier Ja Das hat gut funktioniert Checkpoint still Gut Jo Oh, gar nicht hier hin Das war ne große Zahl Oho Ich glaube wir müssen Oh, zu Eisen 100 pro wetten Was? Ich mü- Wir müssen den See zu Eisen Garantiert Zu Eisen? Ja, weil es auch ein See ist Ja, Lava See Okay Okay, dann mach mal Ja, mit Wasser Ja, halt Ja, mit Wasser Boah Aber schnell Oh, ich lebe noch Ich dachte ich werde tot Äh, ja Vielen Dank Kein Ding Kein Ding Oh, das sind bestimmt Secrets Und ich kann mich nicht mehr bewegen Oh Mann ey Du bist nass Ja Und tot Ja Ja, nass macht bei ihm nix Der heilt sich ja alle durch Ja, aber ich kann nicht wiederbeleben Wenn ich nass bin Achso Ja, ich krieg mal schon Ja, danke Komischer Kerl Mann ey, Pistol mich dir an Mann ey, Pistol mich dir an Das müsste Fläche gewinnen Ja Und du ständ mal Oh, du bist auch tot, okay So, ja Du warst ganz alleine Ich hab eigentlich von euch nicht wiederverlebt, ja So So Hab mich angepisst Macht einfach Feuer schnell dann Äh Ja Oh, okay Außer du wärst rein Ich tue gern dauernd Teleport, der macht nichts Ja, Teleport ist hier ein bisschen was sehr gefährlich Sollte man besser sein lassen Können wir uns jetzt also durchpügeln, oder? Äh Was war das? Das waren Lebenssteine Aus Versehen Oh, Alter Pisten mich dir an Oh, ich bin hier Ich lebe Ja Ich war lange Schnell Schnell Ach, die heizen den Boden wieder auf Ja 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 Sollten wir vielleicht mal versuchen zu kämpfen? Nein Ich glaub, der Ort hier wo ich war, ist irgendwie läuft die Richtung Schnell Stamm Sind wir jetzt eingefroren Ja, genau, wo kommt der Scheißstein jetzt hier? Nein 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 Teleport Wieso nein? Nein 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 Oh, war nicht Die sind ja nicht nach rechts Ja, ganz gefährlich Nochmal Los Oh, sorry Ja, ne Sag sorry und mach's nochmal Bitte leh Witter leh Ah Verpiss dich du Ach, die kann man gar nicht schmeißen Ja Oh, für Echse Was? Ja, Moment, geht schlecht Ja, Moment, geht schlecht Ja, geht gar nicht wohl eher Ja Ich brauch erst Platz, aber die Das wird nix mehr Hm Das kannst du gar nichts Lass uns jetzt mal töten, wenigstens die, die hier sind Okay Ich halte für die Rückendecken Ein bisschen, also so Ein bisschen extra Platz Der unterbricht nicht hier schnell, ich krieg den Stahl gar nicht aufgebaut Und ich bin Und ich bin Aha Oh, ich hasse es Dieses Chaos, ey Nein 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 Geht nicht Oh Ich hasse es auch, aber Der ist mal gerade aufgestanden und kriegt schon nur so einen Stein in die Fresse, ey Sterb Bitte, man hört deine Tastatur übrigens immer noch Hä? Bitte? Nicht da oben hin, äh Das geht nicht irgendwie, ja Ja Man hört deine Tastatur, hab ich gesagt, Dudley Ach so, tut mir leid Aber da kann ich das machen Oh, ich kann, Moment Leiser tippen kannst du Vielleicht Vielleicht Nicht? Okay Lager sprechen, wo gehen wir lang? Nach oben, oder? Ja Witter Witterli Nachdenken Nicht so Vollste Angriff Sorry So So spürt dich das auch weg Da ist bestimmt irgendwas Schaut so Verlassen aus Ne Ne Also hier kann ich Was? Was macht ihr? Ich bin durch die Wand gegangen Am Boden gefallen Am Boden gefallen Schauen wir mal Äh, nicht so hoch Nimm null Schaden Wie Gute Ah, diese .. Ja, meine Fresse, ätzt doch Ja, meine Fresse, ätzt doch Die ganze Zeit kicke, auch irgendwie Die ganze Zeit kicke, auch irgendwie Das wirklich nicht, na Ach ja, von mir auch. Nervig. Die Stelle ist sehr blöd, ja. Ich glaub, wir sollten ein bisschen weiter ganz supporten. Mal unsere alte Werte-Taktik. Funktioniert ja nicht wirklich, weil die die ganze Zeit Steine in die Fresse werfen. Ja, probier's mal auf hier. Nö, da ist wieder so'n Scheiß-Port. Oh, das klappt gut. Ja. Press und schneiden. Äh. Es ist schwierig. Aber ich glaub auch nur, weil wir so wenig Platz haben. Wir kommen hier die ganze Zeit in die Quere. Nicht angreifen. Ja. Oh, Mann ey. Ja, wie ich schon sagte. Oh, das ist noch würdig. Wir müssen diese Heuerexen erstmals fehlen. Was wir machen müssen, ist die töten. Und das auf die brutalste Art, die wir kennen. Ja. Ich bin durchstrahl. Nein, die funktionieren ja nicht gescheit. Siehst du ja. Funktioniert nicht. Mit den Todesbomben. Mit den besten retzten. Verlies die dir, was machst du denn? Oh. Nochmal retz, please. Irgendwann. Nicht die anderen Gegner auch nur vorholen. Nein, nein. Ich wollte ein bisschen das sonst kriegen. Was war denn das? Deine Funktionieren. Deine Funktionieren sehr gut. Gegen alle diese Gegner. Verwegen. Warum zünden die manchmal nicht? Ja. So, jetzt haben wir uns zumindest die Insel schon mal frei. Ja. Mit Feuer schütten wir nicht schlecht. So, und jetzt kein AOI-Wasser. Nur Strahlwasser. Okay, unten geht's nicht weiter. Ja, aber hier. Ich bin mal ein Stein drauf, ja. Auch aktiv. Wie geht's denn noch, Mann? Ich schätze mal oben rechts, oder? Durch. Ja, ja. Bereit machen. What? Alles? Boah, danke. Was war denn jetzt los, Simon? Ich weiß nicht, mir hat irgendwas rumgebracht. Ja, weil du hast dich gar nicht mehr bewegt. Ja, ich hab versucht, ein Schild zu machen. Achso. Oh, weil der... Stein in die Fresse herauen muss. Ich weiß nicht. Ach ja, der ist ja immer und stimmt. Warte mal, der hat gestern. Was im Weg, was im Weg. Was im Weg, was im Weg. Ich will den starben. Okay. Blitzschaden Aura. Oh, das ist... Blitzimmunität Aura. Ja. Das ist schlecht. Versucht, ihn mal zu heilen. Ah, doch, jetzt geht's. Ah, ist anscheinend nur deiner. Vielleicht ist es das hier. Ne, das halte ich sogar. Cool. Ja, aber mit mir macht's schon. Ja, das ist ne Blitzschaden, aber eben. Ja, das macht's so. Hab ich schon noch tief? Ja. Mach mal. Cool. Ja, ich hab mal Blitzschild. Was? Ne, der so kommt. Ne, der so kommt. Ecke. 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 So, haben wir's jetzt endlich gehabt. Wir haben noch keinen Checkpoint dabei. Auch raus. Damit raus. Weil du wieder irgendeinen Scheiß untersuchen musst. Nein. Ah. Noch nicht absichtlich. Nein, ich mein... Nein. Boah, mein... Das ist echt ekelhaft. Ah. Ich hasse es. Warum sterbe ich? Einfach so. Ja, wegen dem Kerl da. Der war doch schon längst tot. Was ist denn der Seele? Ach, da ist noch einer. Den habe ich jetzt nicht. gerade noch nicht gesehen. Aber auch nicht. Ja. Ja, ich wollte mir einschubsen, ne? Ne, nicht du so. Ja, ich kann ihn nicht sehen, der. Ja, ich kann ihn nicht sehen, der. Ja, ist ja keine Immunität. Ich hab einfach nur mehr Leben. Ich hab einfach nur mehr Leben. Ups. Ne, hier geht's anscheinend nicht weiter. Oder doch, oder? Doch, doch. Sorry. Ups. Hast drei gefallen. Ja, ja. Ja, danke. Ups. Aufwag. 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 Nein, nicht das machen. Ich will ja... Ah, okay. Aufwag. Aufwag. Nein, 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 nein. Wo? Der Boden fällt so gleich. Ah, ja. Ja, ja. Nein. Schön, wie der Stab liegt. Oh, Mann. Ah, der hat doch auch vielleicht komischen Pestbeulen da. Aus Versehen. Mach ich ja sowieso fast gar nichts. Oh, Checkpoint. Gold! Aufwag. Wird ja echt geil. Gut, macht irgendwie Sinn. Aus der Niedlungensaga. Er hat auch typischerweise Gold bewacht. Und einen roten Bauch. Cut. Ja, ja. Was könnte effektiv sein gegen den? Ähm... Steine. Steine. Nicht wirklich. Na, vielleicht Wasser. 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 Steine. Eindeutig Steine. Ja, eindeutig Steine. Verwirrt diese mit Steine. What the fuck? Ja, typos. Oh, ich hab... Ja, jetzt. Ne, da wo ist, da wo ist. Kann nicht. Jetzt hab ich schon wieder falsch. Oh, scheiß Hypnose. Verwirrt, oder wie? Ja, kann nichts machen. Boah. Ja, egal. Weiß ich. Aber... Ja, einfach Steine... Warte, der Kerl sprengt den Boden? Wow. Naja, okay. Steine, ganz schnell, ganz viel. Wieso so langsam? Mach doch ein bisschen Feuerimmunität. Mhm. Kurz davor noch an. Kann das irgendwie skippen? Ja, mit Leertaste. Passiert nicht mal. Zweimal Leertaste. Irgendwie ganze Zeit Leertaste, nichts. Okay, komisch. Oh, jetzt chatte ich. Deswegen. Ah ja, stimmt. Steine waren nass. Machen die Schaden? Ja, die machen Schaden. Gut. Lass die explodieren. Wieso ich meine um... Hä? Das ist die... Verwirrung. Boah. Ja. Okay, warte. Was ist dein Ding jetzt? Ja, das ist Stein, okay. Äh, Reis? Machen wir es gleich auch nochmal? Das geht nicht. Oh man, Moment. So, doch. Wo ist... Man muss die verkehrt casten. Okay. Ha. Ah. Alter, die Hypnose ist mit das Schlimmste, was ich nie gesehen hab. Du musst... Wenn du... Bist verwirrt, dann musst du Blitz... Wasser... äh... Blitz leben, es passt nicht. Okay. Ja, sieht schlecht aus. Oh nein, nein, nein. Awe. Wir wechseln auf. Nein, Awe, Awe. Boah, jetzt bin ich auch verwirrt. Ja, dann... Dann Awe, ja. Nein, warum bist du es auf einmal... Mal bist du verwirrt und mal nicht. Achso, aah. Jetzt, na. Okay. Nee, ich hab's jetzt, glaub ich, gegriffen. Oh. Boah, ein paar Steine kommen. Boah, ein paar kleine Steine. Stirb! Ja. Aha. Zauber. Okay. Ich war nur zum Abschluss los. Achso, geht schon weiter. Ich dachte, ich fäng... Au. Da hat mir ein Cut-10. Ah, es ging noch weiter, ja. Ach, was? Okay, also Assatur war der Dämon, nicht Fafni. Okay, also Assatur war der Dämon, nicht Fafni. Ach, gut. Grymnier ist immer noch der böse Zauberer. Ja, gut. Wenigstens KC2. Ich weiß nicht, wie schnell. Hm. Ja, wenn man eine Mittel anpaut.